Das nächste Lied ist schon das letzte Lied. Das nächste Lied ist schon das letzte Lied. Offizielles Lied. Jetzt sind wir total über dir drüber gefahren. Was hast du gesagt? Wir spielen. Magst du einen Grabenzug? Das letzte Lied? Offiziell. Das letzte Lied. Nein, nein. Hörst du schon, gut. Du musst jetzt reden, weil nachher im Fest von Sigmund erneut. Sigmund, haben wir hier die Schrift? Die Schrift in Leid. Wandel mir. Wandel mir. Wandel mir. Wandel mir. So. Okay. Was bin ich mit mir? Wandel mir. So. 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 Ich bin kein feiner Mensch, es kann nicht sein, wenn du, wenn es dabei geht nur an den, ich kann mich nicht verstehen. Ich bin kein feiner Mensch, es kann nicht sein, wenn es dabei geht nur an den. Seid wir mehr mit den Daniels spielen, wissen wir erst wie streng Musen machen sein kann. Nein, ich habe eigentlich nicht gesagt, ich fühle mich verpflichtet mehr Volksmusen zu spielen. Das haben wir dir jetzt noch nie so gesagt, aber eigentlich empfinde ich das schon einmal als gewissen Druck, den du auch aufpasst. Das ist zu viel auch für uns, wir sind Klassiker und richtige Popstars und so. Für uns ist das eine große Herausforderung, aber wir haben die heute auch etwas beeindruckt, so als Überraschung ein bisschen. Und wir spielen ein ganz traditionelles salbenländisches Volkslied, in der Urfassung, im Urtext. Und das ist schon verkauft, sagen wir, vielleicht zu einem Fallenzweig, den wir die reichen wollen, um zu sagen. Wir wollen es schon noch, wir kennen ihn besser. Einfach der. Also, für so etwas soll auch Platz sein. Ja. Dann wollen wir mal einen eigenen Zudrücken. Ja, boah, schau schon mal, wie es tut irgendwie. Vielleicht können wir noch einmal mitgehen bei einem coolen Auftritt, wo es ja noch so einen Verdienstkreuz und so etwas gibt. Weil es ist bei dem, was wir dann bekommen sollen. Und Volksmusik ist halt echt etwas ehrlich gesagt. Du kriegst halt Sachen. Wir bemühen uns. Also, da muss ich schon einem Nachsicht bitten, bei allen. Weil das ist für uns auch das erste Mal. Das ist für uns auch das erste Mal. Ja. Soll ich mitspielen? Ja, du schon. Das Baby soll auch nicht so herablassen. Wir wissen schon, dass du es kannst. Ja. Die der Zeit schief. Ja. Läuft. Ja. 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 Und. Ja. 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 Und das Land kehrt in die Leut und die Leut kehr'n in Land. Und der Dahl hat mehr Zeug und der Dahl hat mehr Verstand. Und den Bauern kehr'n die Viecher und den Metzger kehr'n die Welscht. Und den Vater die neuen Schuach und der Mutter kehr'n die Pilcht. Und die Jungen kehr'n die Zukunft und die Alten die Pension. Und den Pfarrer kehr'n daher, geht mir um halt alle nicht davon. Und die Vereine kehr'n die Beiträge, die Steier kehr'n ins Land. Und die Kinder kehr'n die Baden und den Kick kehr'n alles kann. Und die Schäfen kehr'n die Zeit und die Buckler kehr'n der Lohn. Und den Volk kehr'n die Uhr mit den Patrioten ein wie von. Und wenn's ohne Land auch hört, zämmet's nächste Land. Da gibt's ihre, die's dazwischen Inklemmt, sei jetzt Land noch nicht. Und das Land kehr'n die Nalle, zämmet's halt so. Weil, wenn frag'sch, wo's dir kehr'n, war's bueno so recht, wo. Und das Land kehr'n die Nalle, traut sie wohnen und sie wandern. Und wenn er noch bleiben will, scherzt's ihm grad zufällig einander. Und wenn in alle Eppes kehr'n, umkehr'n den Namen ihre nicht. Und mich steh'n ein Tor leicht Deppet und der andere teilt's nicht. Die busca in Säule, die Gäste, die sie schwップ ihren Volk, ver Untertitelung des ZDF, 2020